Dieses Projekt ist ein Projekt, was total in die Zeit passt, was unsere Älteren wieder motiviert, sich einzubringen, zu bewegen, Sport zu treiben, mit anderen zusammenzukommen. Alles Sachen, die wir in den letzten zwölf Monaten nicht miteinander machen konnten. Sie haben mich da was Gutes ausgedacht. Gesund und mobil älter werden, das ist eine gute Parole, die die Turnerinnen und Turner in Niedersachsen herausgegeben haben und so die Menschen einladen, sich zu bewegen und dafür zu sorgen, dass man auch im Älterwerden flott bleibt. Das Projekt ist lobenswert und vor allem auch einzigartig in seiner Anlage. Und von daher ist die Botschaft eigentlich ganz einfach. Wer sich bewegt, der tut etwas für seine Gesundheit. Die Herausforderung ist, dass die Zielgruppe immer größer wird. Wir haben inzwischen schon in unseren Vereinen 25 Prozent Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Es ist ein Projekt, das gegen Vereinsamung arbeitet und es ist ein Projekt der Belebung von gesellschaftlicher und ehrenamtlicher Aktivität. Wir halten das für einen Teil unserer Verantwortung gegenüber älteren Menschen, hier etwas anzubieten, was ihnen ermöglicht, bis ins hohe Alter gesund zu bleiben. Lernen, wie wir weiter Sport und Ältere zusammenbringen und aktiv miteinander sind, denn das ist ein perfekter Schutz vor der Erkrankung jeder Art, auch gegen ein Virus. Was ich mir wünsche ist, dass unsere Vereine so eine Art soziale Heimat werden für die alten Menschen. Dass es dort Angebote gibt, die nicht zwangsweise etwas mit Bewegung zu tun haben. Seit 2005 begleite ich das ja jetzt auch schon als Vorstandsvorsitzender den Niedersächsischen Turnerverband und dementsprechend ist da die gleiche Philosophie und man kennt sich, man vertraut sich. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir die allgemeinen Ortskrankenkassen als Partner gewonnen haben. Ich bin super stolz darauf, wie uns das gelungen ist, aus einem kleinen ehrenamtlichen Experiment so etwas zu entwickeln, wie jetzt dieses Projekt gesund und mobile älter werden. Ich würde mich freuen, wenn es dem NTB gelingt, dass Sportvereine zu zentralen Netzwerken werden, die sich in der Kommune um ältere Menschen kümmern. Je oller, je doller. Das heißt, je älter ich werde, umso mehr muss ich dafür tun, meine Selbstständigkeit und meine Fitness- und Leistungsfähigkeit und Vitalität zu erhalten. Von nix küt nix. Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Man kann gesundheitlich kaufen, die muss man selber machen. Und da ist Bewegung und körperliche Aktivität immer noch der beste Motor.